Ich sehe so aus wie meine Haare. Brokkoli. Ist meine Farbe grün? Ja. Isst man mich in Salat? Nein. Bin ich grün? Nein. Pratet man mich? Nein. Kann man mich kochen? Also im Wasser? Ja. Kann ich mehrere Farben haben? Nein. Kann man mich im Wasser kochen? Ja. Ich sehe nicht so aus wie meine Haare. Brokkoli. Das ist eine gute Frage. Ich bin nicht grün. Ich habe nicht mehrere Farben. Bin ich weiss? Nein. Spezielle Farbe. Spezielle Farbe? So braun? Violette. 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 Und ich bin nur Violette? Ja. Violette? Was ist Violette? Du kennst andere Gemüse? Opperschiene? Ja. Ah ja, das habe ich gemeint mit braun. Ich meine, es ist braun. Ist das nicht so braun? Ist das braun? Wenn man es kocht, ist es doch braun, aber nicht violette. Ville ist braun. Und draussen ist es braun. Ja. Ich bin nicht wahr. Ich bin nicht Blatt. Ich bin nicht direkt. Ich bin nicht rein. Universiten derbeitenden Ich bin Katja, ich bin nicht derart, ihr liegt. Die ganze Zeitung. Vielen Dank.